Bernd Grimmer ist ein deutscher Volkswirt und Politiker der Alternative für Deutschland. Er ist einer von drei Sprechern des AfD-Landesvorstandes in Baden-Württemberg. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 erreichte er das erste Mandat im Landtagswahlkreis Pforzheim. Leben Grimmer stammt aus Pforzheim. 1969 legte er sein Abitur ab und begann dann im selben Jahr ein Studium der Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft in Tübingen und Karlsruhe, das er 1975 als Diplom-Volkswirt abschloss. Von 1975 bis 1979 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Hauswirtschaft der Bundesforschungsanstalt für Ernährung. Danach war er bis zum Jahre 2010 in leitender Funktion bei der Berufsgenossenschaft für Bauwirtschaft in Karlsruhe tätig. Im Jahre 1983 wurde er bei Rolf Funk an der Universität Karlsruhe promoviert. Politik Grimmer gehörte als Mitglied der Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher, der er von 1968 bis 1979 angehörte, zu den Gründern der Grünen, die er im Jahre 1991 verließ. Grimmer wurde bei den Kommunalwahlen 1994 für die unabhängigen Bürger für Pforzheim, einer Initiative von Mitgliedern verschiedener Pforzheimer Bürgervereine. Bei einem Ergebnis von 5,4 Prozent der Stimmen für die Liste als einer von zwei Mandatsträgern in den Pforzheimer Stadtrat gewählt. Bei der Kommunalwahl 1999 verteidigte Grimmer sein Mandat, ebenso bei der Wahl 2004. Im Jahre 2009 trat er den Freien Wählern bei und kandidierte bei der Europawahl 2009 auf Bundeslistenplatz 20 seiner damaligen Partei. Nachdem er etwa ein Jahr lang Landesvorsitzender der Freien Wähler in Baden-Württemberg gewesen war, verließ er im April 2013 die Freien Wähler und trat der AfD bei. Grimmer gehört zu den Unterzeichnern der Erfurter Resolution, dem Positionspapier des rechtsnationalen Flügels der AfD. In der AfD war Grimmer zunächst Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Pforzheim-Enskreis. Am 25. Juli 2015 wurde er dann auf dem Außerordentlicher Landesparteitag in Pforzheim als einer von drei gleichberechtigten Sprechern neben Jörg Meuthen und Lothar Mayer zum Sprecher des Landesvorstandes gewählt. Für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 wurde er von seinem Kreisverband als Kandidat für den Landtagswahlkreis Pforzheim nominiert und errang. Dann bei der Wahl mit 24,2 Prozent der Wählerstimmen. Dem besten Ergebnis für die AfD in Baden-Württemberg eines von zwei Erstmandaten. Am 16. März 2016 wurde er von der AfD-Fraktion zu ihrem parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Schriften. Auswirkungen verschiedener Standorte auf Lebenshaltungskosten und Güterbeschaffung im ländlichen Raum Karlsruhe 1983. 100 Jahre südwestliche Bauberufsgenossenschaft Karlsruhe 1985.